Hallo und willkommen zum Kurssystem von Somatic Consent und zum freien Online-Kurs Neustart. Ich hoffe, du hast das Interesse gefunden, dich tiefer auf die Materie einzulassen und dich einfach mal reinzufühlen auf einer Verstandsebene, was Somatic Consent für dich bereitstellen kann. Also in erster Linie geht es in diesem Kurs Neustart darum, dass du ein Verständnis dafür entwickeln kannst, dass deinem Gedankenmuster sozusagen neue Inspirationen gibt, dich vielleicht auf eine andere Art und Weise ans Berühren und an Vereinbarung herzustellen, herantrauen kannst. Also in diesem Kurs willst du lernen, wie sozusagen auf einer somatischen Ebene dein Nervensystem funktioniert und warum das somatische Fühlen, wenn wir in Aktionen gehen, so einen tiefen Einfluss auf unsere Entscheidungsfähigkeit hat. Also du wirst verstehen, wie du tiefer ins Fühlen finden kannst und dich tiefer fühlen kannst durch die Übungen, die wir im Selbstliebe-Kurs bereitstellen. Also dieser Kurs Neustart bereitet dich auch auf den folgenden Kurs Selbstliebe vor, in dem du dich sozusagen mit der Materie auf der gefühlten Ebene körperlich beschäftigen kannst. Also ich hoffe, dass du in diesem Kurs das herausfindest, wofür gedacht ist, dass du dich sozusagen auf eine neue Ausrichtung deines Nervensystems einstellen kannst und dass du genauso viel Freude daran hast, dich sozusagen mit dieser Materie zu beschäftigen, so wie ich das habe und viele andere, die durch dieses System gegangen sind. Okay, ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auf der anderen Seite irgendwann mal im Leben treffe.